Nein, das kann nicht sein. Irgendwer fährt nach Afrika, umbringt den Virus mit, doch ja, der afrikanische Virus, ja, der ist nach Ärger, ja, warum kann man denn das nicht doch machen, ja, wenn du von Afrika kommst, doch, ja, musst du einen Test machen, ja, und dazu 14 Tage in Loktoch, ja, da kannst du 14 Tage, drei Wochen, ja, dein Haus auch nicht verlassen, ja, so gehört es gemacht, sonst haben wir immer solche in Loktoch, ja, denn wir wollen, ja, ich sage es euch, warum sollen wir krank werden, die zu Hause bleiben, ja, und die anderen, die nach Afrika fahren, ja, leben in Luxus und schweren und so weiter, ja, nein, das kann nicht sein, sie kommen ja nach Haus und bringen uns unter dem Virus mit, doch, ja, nein, 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 das lassen wir uns nicht mehr gefallen, ja, Sie sollen nicht nur, nicht nur getestet werden, ja, sie sollen auch in Loktoch bleiben, ja, jeder, der von Ausland kommt, soll 14 Tage mindestens in Loktoch bleiben, wirklich, ja, wenn er das nicht will, soll der heute in Afrika bleiben, ja, so ist es und so bleibt es, ja, so gehört es, ja, nicht. Er kommt nach Hause, ja, hat es, ja, ich habe mich gelöstet lassen, ja, und ich habe kein Virus, ja, und ich denke alle an auf einmal, ja, und dann sagt man, ja, der hat den Virus hergebracht, ja, der war ja in Afrika und hat den Virus beigebracht, nein, und alle haben ihn bekommen, ja, so kann es nicht nicht sein. Jeder soll in Loktoch, ja, jeder soll in Loktoch, ja, der, der von Afrika kommt, doch, ja, 14 Tage, 14 Tage, 14 Tage, ja, bleiben in Loktoch, ja, jeder soll das, jeder, wo irgendwo, wenn er in Ausland war, soll der 14 Tage in Loktoch bleiben, ja, und dessen soll der auch noch, ja, fest, und wenn er das nicht mag, dann soll der halt in Loktoch bleiben, ja, 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 so geht es nicht mehr weiter, ja, dass alle, alle sich anstecken, ja, und viele, viele sterben, ja, nur wegen einem, der in Afrika oder sonst irgendwo war, auch, ja, und brachte uns den Virus mit, dann verzeih, wir brauchen den Virus nicht, er soll in Loktoch bleiben, ja, in Loktoch, 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 ja.